Ladies and Gentlemen, heute ist es endlich soweit. Ich bin einfach unnormal gehypt auf dieses Video. Und ich hoffe mal, ihr da draußen genauso, denn ihr habt es in den letzten Roblox-Videos wirklich hunderte Mal kommentiert, dass ich doch bitte mal den zweiten Teil von Rainbow Friends spielen soll. Denn an alle ganz kurz, die es nicht mitbekommen haben, das bekannteste Roblox-Spiel aller Zeiten, also Rainbow Friends, hat einfach mal den Teil 2 rausgebracht, so mit Rainbow Friends Chapter 2. Und da ich vor einigen Wochen ja auch den ersten Teil von Rainbow Friends hochgeladen habe, habe ich mir gedacht, werden wir heute den zweiten Teil spielen. Außerdem habe ich auch gelesen, dass der zweite Teil einfach mal extrem gruselig sein soll. Gruseliger als der erste Teil. Und ob das Ganze wirklich stimmt, werden wir heute rausfinden. Deshalb, bleibt bis zum Ende dran. Lasst mir mal einen Daumen nach oben, da verbrühe ich den Like-Button. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund. Ich bin hier, glaube ich, heute das erste Mal, ja, in der Spielerauswahl. Denn ich habe gedacht, ich werde euch das mal ganz kurz noch zeigen, weil ich das echt interessant finde. Erstmal ganz kurz, ihr seht im Hintergrund, wir haben hier die Regenbogenfreunde Teil 2. Also, Leute, ihr wisst ja, Rainbow Friends, Regenbogenfreunde. Und ja, wie bereits erwähnt, gab es ein extrem großes Update. Denn der zweite Teil hat neue Monster, eine komplett neue Karte und viele nice neue Features. Und man muss sich einfach mal geben, Leute, schaut mal. Das Spiel hat nicht nur 1,9 Milliarden Spielerbesuche, sondern es spielen gerade auch einfach 133.000 Menschen dieses Spiel. Das habe ich noch nie in Roblox gesehen, Leute. Also, wirklich komplett geisteskrank, was hier abgeht. Und genau, aus diesem Grund würde ich sagen, Leute, drücken wir jetzt auf Spielen und schauen mal, was auf uns zukommt, Leute. Let's go! So, Leute, wir sind jetzt endlich im Spiel angekommen. Und man muss auch ganz kurz sagen, ich glaube, die Lobby sieht komplett anders aus schon mal. Also, es ist schon so ein bisschen auf gruselig angelehnt. Wir sind ja irgendwie auf so einem Campingplatz. Hier ist irgendwie so eine Fabrik, Leute. Und ihr seht auch, hier ist alles voll. Also, die komplette Lobby, hier ist alles voll mit Spielern. Okay, ich glaube, die nächste Lobby und, Digga, oh mein Gott, alle stürmen direkt im Kreis. Ihr seht, Leute, das Spiel ist so gehypt aktuell, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, der Countdown läuft. Ihr seht es ja, innerhalb von 20 Sekunden wird das Spiel jetzt starten. Ich hoffe mal, wir werden es direkt schaffen und werden die Runde gewinnen, Leute. Weil, wie gesagt, es gibt einige neue Monster, die uns das Ganze schwierig machen werden. Aber ich würde sagen, das Spiel beginnt. Okay, Leute, dann schauen wir mal, was auf uns... Was? Warte mal. Lol. Das ist wie so ein kleines Intro hier jetzt mäßig, Leute. Okay, das ist ja übel krass gemacht. Wie auf so eine Story mäßig, Leute. Und hier ist jetzt irgendein Professor oder sowas, der gerade da den Zaun aufschneidet. Die ganzen Spieler kommen da jetzt gerade gerannt. Okay, der fragt uns jetzt gerade, was wir hier machen. Das ist quasi die Einführung. Aber ich glaube, wir können das auch einfach überspringen, Leute. Und ich glaube, jetzt beginnt auch das Spiel, Leute. Oh mein Gott. Wir befinden uns hier einfach auf einer komplett neuen Karte. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hin müssen, Digga. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich einfach eine komplett neue Map, Leute. Auch, ne? Also, an der Stelle könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wer von euch den ersten Teil von Rainbow Friends gespielt hat. Ja, ja, guck mal. Da oben ist einfach so ein riesiges Riesenrad von Blue, Leute. Also, vom blauen Monster. Das heißt, Blue ist anscheinend wieder am Start. Ich habe auch hier noch mein kleines Versteck, Leute. Und zwar einfach meinen kleinen Lego-Karton. Der ist auf jeden Fall auch noch am Start. Und oh mein Gott. Es ist schon ein bisschen creepy, Leute. Ich sage euch ehrlich. Digga, man kann hier so Seilbahn hochfahren. LOL. Das ist ja übel krass gemacht. Oh mein Gott. Da unten ist Green. Oh mein Gott, Leute. Nein. Es ist schon ein Spieler gestorben, Leute. Und war eben Green. Habt ihr das gesehen? Okay. Wir sollten jetzt lieber mal anfangen, die Aufgaben zu machen. Ihr seht es rechts. Wir müssen nämlich Glühbirnen finden, ne? Ansonsten, hier ist irgendwie so ein blauer Ball. Ich weiß nicht, was der macht, Leute. Wir kommen hier auch nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, ne? LOL. Hier geht es einfach nach unten. Okay. Hier sind sogar Spieler, Leute. Wir gucken uns mal um. Ich habe ein bisschen Schiss, dass jetzt gleich irgendwo hier ein Monster ist, Leute. Weil der nächste Spieler ist schon gestorben. Wir haben hier noch ein paar Glühbirnen gefunden. Wir gucken, ob hier noch ein paar Glühbirnen sind. Hier sieht eigentlich alles safe aus. Das heißt, wir können uns hier weiter auf die Suche machen. Oh mein Gott. Blau. Blau und grün. Und oh mein Gott. Blau ist ja übel schnell. Seit wann ist Blau so schnell? Nein, 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 nein. Renn, renn, renn. Verstecken hier. Oh. Oh mein Gott. Nein. Das ist ja übel krass, Leute. Okay. Ich glaube, Blau ist auf jeden Fall schneller als im ersten Teil. Habe ich das Gefühl zumindest. Okay. Green ist unten. Blau scheint weg zu sein. Okay, Leute. Dann gucken wir mal. Green läuft direkt da vorne. Wollen wir Green mal verfolgen, Leute. Wir sind ja in irgendeinem komischen Garten. Oh, ich höre auch blau irgendwie. Warte mal. Oh mein Gott. Blau ist da oben. Nein. Oh mein Gott. Er verfolgt mich. Ach, du Kacke. Oh mein Gott. Leute, wir sind... Nein, 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 nein. Blau. Blau. Blue. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Schnell. Setz dich rein. Oh mein Gott. Junge, wie knapp war das? Wir haben uns gerade so gerettet, weil wir uns in dieses komische Karussell hier reingesetzt haben, Leute. Aber jetzt auf No-Joke. Ich sage euch ehrlich, Leute. Chapter 2 bisher gefällt mir unnormal krass. Ihr müsst auch nur noch drei Glühbirnen finden, ne? Dann sind wir hier weiter. Die Frage ist, wo sind wir hier? Oh. Was ist das denn? Das ist ein neues Monster. Oh mein Gott. Was? Habt ihr das gesehen, Leute? Oh mein Gott. Das war, glaube ich, lila, ne? Alter, das waren irgendwie so Hände, die aus dem Boden rauskamen, Leute. Einfach komplett creepy, was hier abgeht, Alter. Okay, die Frage ist, wo sind wir jetzt? Wir sind in irgendeinem komischen... Irgendeinem komischen... Oh nein. Der nächste Spieler ist tot. Hier stirbt wirklich einer nach dem anderen. Das zeigt auch, dass es wirklich unnormal schwer ist hier in Chapter 2, Leute. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich hier noch gucken soll, wo hier noch Glühbirnen versteckt sein sollen, Leute. Also ich weiß ehrlich nicht, aber langsam habe ich so keine Idee mehr, wo ich noch nach Glühbirnen schauen soll. Okay, gut, Leute. Es hat gar nicht lange gedauert. Ich glaube, es wurden alle gefunden, ne? Äh, wir haben jetzt irgendwie so eine Lampe angeschalten oder so. Okay, er sagt jetzt, das ist ein SOS-Licht. Damit sollen wir jetzt anscheinend irgendwie Hilfe rufen, um aus diesem Freizeitpark zu entkommen. Was? Blau war einfach gerade da. Er sagt doch gerade, ist das blau? Oh nein. Er sagt, hierher zu kommen war ein Fehler. Ja, es war ein sehr großer Fehler, hierher zu kommen. Vielleicht hilft uns das, dass irgend so ein Bohrer war. Okay, oh. Warte mal. War das gerade ein Spoiler? Das war gelb. Oh mein Gott, Leute. Anscheinend gibt es jetzt auch ein gelbes Monster. Okay, 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 Leute. Und ihr seht, es sind auch schon übertrieben viele raus. Was? Tigger, dass in der ersten Runde so viele rausfallen, das ist schon ein Zeichen, Leute. Also ihr seht, Teil 2 ist unnormal geisteskrank. Wir müssen jetzt so Gaskanister finden. Ich habe auch direkt den ersten hier. Wir tüten den direkt mal ein. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, wo ich den hinbringen muss. Ich glaube hier zu dem Bohrer, oder? Ja, ah, okay, okay. Ich weiß Bescheid, Leute. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach den Kanistern. In der Hoffnung, dass hier jetzt nirgendwo ein neues Monster auf uns lauert. Weil anscheinend soll es ja jetzt auch gelb geben, Leute. Oh mein Gott. War da gerade gelb? Warte mal. Blau. Blau und Gelb. Blau und Gelb. Habt ihr das gesehen? Mich hat Blau und Gelb verfolgt. Blau ist auch gerade direkt wieder hier vor mir. Aber es gibt tatsächlich einfach ein neues Monster und zwar die Farbe Gelb. Die Frage ist jetzt, ich konnte das irgendwie nicht ganz identifizieren, was das war. Hat er irgendwie so einen Propeller oder sowas drauf, ne? Richtig komisch. Und das Ding ist auch, Leute, es leben nur noch so wenig Spieler, dass es sein kann, dass ich wahrscheinlich alle Kanister jetzt alleine suchen gehen muss. Weil mir wahrscheinlich keiner helfen wird. Das heißt, wir tüten jetzt mal die ganzen Kanister hier ein und bringen die zu diesem komischen Bohrer, dass wir hoffentlich mal hier ausbrechen jetzt, Leute. Oh Gott, ich höre Blau, Leute. Ich schwöre, ich kack mir doch gleich ein hier, Alter. Das gibt es doch nicht. Okay, hier ist der nächste Kanister. Wir tüten den mal ein. Ansonsten warte mal. Das ist Gelb. Und Blau. Blau und Gelb. Okay, wir rennen lieber, Leute. Wir rennen lieber weg. Allein schon, dass so viele Spieler einfach raus sind, Leute. Und... Gelb kommt. Wir verstehen uns. Schnell. Oh mein Gott. Wie close war das denn? Holy. Okay, okay, Leute. Der hat gerade so Stopp gemacht. Ich dachte, der Diebe, das Ding ist gleich vom Kopf und bringt mich um. Aber okay. Das ist irgendwie so ein Vorgehen, glaube ich, ne? Mit so einem Propeller oder so, ne? Aber okay, Leute. Wir gucken weiter. Warte mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die kann man auch runter anscheinend, okay? Also, die Map scheint auf jeden Fall ein bisschen größer. Nein! Gelb! Gelb! Gelb schon wieder! Renn, 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 renn. Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, geh einfach. Digga, holy moly. Was geht hier ab, Leute? Okay, das war close. Aber okay. Wir haben den nächsten Kanister. Und ich muss hier wirklich alles selber machen, ne? Die ganze Zeit. Das ist echt so nervig, dass ich hier alles... Loy, man kann gleich mehrere mitnehmen. Das wusste ich nicht. Loy. Ja, okay, Leute. Da müssen wir auch nicht zehnmal gehen. Digga, das hätte mir auch mal jemand in die Kommentare schreiben können jetzt hier, Leute. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass gleich irgendein Monster kommt und ich gleich dead bin, Leute. Weil ich habe gerade vier Gasflaschen bei mir. Die sollten wir, glaube ich, erstmal in Sicherheit bringen. Wir haben jetzt hier die fünfte. Gelb. Gelb, gelb, gelb. Verstecken, 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 verstecken. Oh! Oh mein Gott. Leute, was geht hier ab? Okay. Wir machen jetzt den schleichenden Modus. Okay. Und jetzt. Komm, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm. Alles rein hier. Alles rein, was geht. Bam, Junge. Acht von fünf Kanister, Leute. Ich muss hier wirklich einfach alles alleine machen. Aber okay. Wir gucken weiter, Leute. Irgendwo müssen wir hier doch bestimmt noch ein paar Kanister finden. Ich würde sagen, Leute. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch irgendwie hier irgendwo ein paar Kanister rumliegen haben. Und dann würde ich... Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche. Aber am besten nicht hier, weil hier ist gerade grün. Blau kommt. Er hat mich gesehen. Okay. Ich glaube, der hat jetzt hier auch ein paar neue Reihen gemacht, Leute. Wir müssen... Oh! Oh! Was macht denn mein Gabe? Was macht Gabe? Hey, der fliegt einfach. Der fliegt einfach weg mit mir, Leute. Was passiert hier? Hä? Was? Gabe, wo bringst du mich hin? Lass mich runter. Hallo, hallo. Hä? Leute. Der bringt mich einfach ins Nest. Nein. 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 Oh Mann, Digga. Okay, Leute. Wir sind respawned. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe die Benzinkanister voll machen. Auf einmal kam da Gabe und hat mich einfach mitgenommen und ist mit mir weggeflogen. Fragt mich nicht, was da abging. Aber egal. Zurück zum Thema, Leute. Wir sehen uns jetzt wieder, wenn ich alle Gaskanister gefunden habe. Okay, Leute. Ich habe den letzten gefunden. Wir haben es endlich geschafft. Jetzt wird das Ding hier aufgebohrt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ja, das hoffe ich auch für uns. Oh. Komm schon, Leute. Leute, drück uns die Daumen. Bam. Was? Hey. Äh. Oh nein. Digga, der Professor ist einfach da hochgeflogen vor der Explosion. Hä? Anscheinend sollen wir jetzt diese blauen Bälle sammeln gehen, Leute. Weil es gibt einen Timer. Sonst springt das Ding in die Luft. Nein. Wir müssen uns anscheinend beeilen, Leute. Und wir sind, glaube ich, immer noch zu dritt. Okay, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach diesen komischen blauen Bällen. Oha, der hat direkt einen gelben gefunden. Ah, die kullern hier über die Karte oder was? Hier gibt es anscheinend einen Farben. Da ist ein blauer, Leute. Warte mal. Ey, bleib stehen. Nein, gelb. Gelb hat mich gesehen. Gelb. Nein. Leute, gelb hat mich gesehen. Orange. Ich kann nur einen nehmen. Er kann nur einen tragen. Und gelb ist übel schnell. Und blau ist auch hier. Leute, das war's. Blau und gelb. Blau und gelb. Renn um dein Leben. Renn, 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 renn. Lumix, renn. Oh, mein Gott, Bruder. Das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger, Leute. Weil das Ding ist halt jetzt, man kann immer nur eintragen. Aber egal, Leute. Wir schaffen das trotzdem hier auszubrechen, ne? Beziehungsweise diesen Rainbow-Monstern zu entkommen. Wir haben jetzt schon vier von diesen Bällen. Ey, hallo. Her damit. Jetzt. Zack, rein mit dir. Okay, sechs Stück brauchen wir. Dann haben wir es geschafft, Leute. Wir brauchen nur noch sechs von diesen Teilen. Komm schon. Gelb, gelb. Hoch mit dir. Wow. Wow. Schnell weg, bevor ein Game kommt, Alter. Holy moly. Junge, okay, Leute. Ansonsten, ich höre auch irgendwie drauf. Ah. Blau kommt. Bin gar nicht da. Wow. Oh, mein Gott, war das knapp, Alter. Leute, wir sollten schleichen. Ich glaube, schleichen ist die Meta. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Versteck dich. Wow. Wow. Digga, wie knapp war das denn? Digga, Leute. Ich sag doch, das ist hier nicht mehr normal, was hier abgeht. Vier von sechs. Nein. Gelb, komm wieder. Gelb, komm. Renn. Digga, Leute. Komm schon. Beweg deinen Hinz an. Komm schon. Digga, jetzt ist grün auf einmal auch hier. Egal, wir schleichen. Der schleichende Modus. Grün kann mir gar nichts. Rein mit dir. Okay, Leute. Ich mache jetzt den letzten rein. Bam. Okay, gut gemacht, Leute. Ich hoffe mal, das war jetzt unsere letzte Aufgabe. Und wir kommen endlich aus diesem ganzen Schlamassel hier. Er sagt ihm jetzt gut, es gibt keine Zeit zu verschwenden. Da bin ich derselben Meinung. Wir sollten am besten lieber schnell raus hier. So, Leute. Ich glaube, jetzt... Warte mal. Es gibt Farbe hellblau. Junge, ich sag doch, Leute. Es gibt wirklich neue Monster. Was? Digga, es wird es, dass immer noch nicht gewesen ist. Bro. Es muss doch jetzt mal endlich die Möglichkeit geben, hier auszubrechen. Das Ding ist, Leute. Wir müssen jetzt Zucker finden. Junge, ich weiß nicht, wie viele Aufgaben ich noch machen soll, damit ich endlich rauskomme. Gäbe es hier auch wieder am Rumstüsseln. Wir brauchen jetzt Zucker. Okay, Leute. Wir müssen jetzt... Warte mal. War das gerade... War das gerade hellblau? Nein, nein, nein. Wartet mal. Leute. Ich glaube, hier war gerade das neue hellblaue Monster. Lol. Da ist es. Was ist das? Das ist einfach ein Dino oder so. Was, Leute? Warte mal. Hö ist der blind? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wie schnell? Wie schnell ist der? Kletter, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Ja gut. Das war es dann anscheinend auch. Okay, Leute. Wir sollten das Ganze anscheinend ein bisschen ruhiger angehen. Wir brauchen jetzt insgesamt noch vier von diesen komischen Zuckerdingern da. Ich würde sagen, ich besorge die jetzt schnell. Weil anscheinend meine Mitspieler helfen mir ja nicht. Man muss ja hier alles selber machen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir irgendwo hier... Er hat da unten das Zucker, da unten. Okay, ganz langsam. Lol. Wenn man sich als Legostein bewegt, der hört das einfach. Lol. Das ist ja übel crazy. Okay, okay. Der hört alles. Er hört wirklich alles. Er hört ja... Oh, er hört wirklich alles. Da wäre Zucker gewesen, Leute. Versteck dich. Was? Wie knapp war das denn? No way. Das war ja mal unnormal close, Leute. Oh. Gelb, 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 gelb. Egal, wir verstecken uns. Bin gar nicht da. Ticka, Leute. Rainbow Friends 2 ist keisteskrank. Was geht hier ab? Komm schon, jetzt oder nie, Leute. Jetzt oder nie. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir hängen. Komm, bitte. Blau, blau, blau. Hab mich gesehen. Egal, egal, egal. Egal, Leute. Egal. Egal, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Let's go. Let's go. Der Maker. Die Frage, was passiert jetzt, Leute? Haben wir es jetzt endlich geschafft? Leute, dieser blaue Ball rollt da jetzt runter, weil er scheit was essen will. Was? Warte mal. Bin ich nur noch alleine? Laber nicht. Sag nicht. Ich bin der letzte Überlebende. Warte mal. Wir sollen jetzt hier reingehen. Egal, dann machen wir das. Leute. Ich glaub, wir könnten ausbrechen. Orange. Warte mal. Müssen wir hin? Ich bin in irgendeiner Höhle, Leute. Und ich bin der letzte Überlebende. Das müsst ihr euch mal ausdenken. Ich bin jetzt hier in irgendeiner komischen Fabrik. Wagen auswählen. Den hier oder was? Nein. Leute, ich glaube, wir sind am Ende. Warte mal. Ah, wir sollen jetzt quasi, wenn eine Kurve kommt, uns so um die Kurven lehnen oder was? Digga, ich check gar nicht. Versuche jetzt, dich zu lehnen, um trocken zu bleiben. Ah, Leute. Man darf quasi nicht den falschen Weg wählen. Jetzt hab ich gecheckt. Okay, das ist richtig geil. Ihr seht, hier gibt's immer so Abzweigungen dann anscheinend, Leute. Und wenn man sich quasi in die falsche Richtung lehnt, stirbt man quasi. Das heißt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall verkacken, Leute. Da vorne geht's nach oben, Leute. Drückt mir die Daumen. Komm schon. Wir müssen hier rauskommen. Das muss das Ende sein. Bitte, Leute. Davon lassen wir uns am besten nicht treffen. Ich lehne mich ganz weit zur Seite. Okay, komm, wo geht's als nächstes hin? Nach unten. Nein. 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 Oh. Nein. Niemals. Oh. Okay, Leute, jetzt geht die Party ab. Die Party geht ab. Die Party geht ab. Okay. Wir sollen diesem Wagen folgen. Okay. Okay, machen wir. Oh. Oh. Digga, jetzt geht die Party richtig ab. Oh. Leute. Die Party ist voll am durchdrehen. Was? Okay. Wir dürfen nicht den falschen Weg wehren. Looping. Wow. Wie geil. Jetzt geht's nach unten, Leute. Komm schon. Um die Kurve. Um die Kurve. Oh. Hier ist Lava, Bro. Oh mein Gott. Komm schon. Gefahr voraus. Nein. Wartet mal. Oh mein Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Leute. Hier geht's immer ab. Nie. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Leute? Wir fahren einfach Achterbahn. Okay. Wir müssen jetzt hier oben lang. Links, rechts. Okay. Wir gehen den richtigen Weg. Wir gehen den richtigen Weg. Okay. Das ist gelb, Leute. Wir müssen links lang. Komm schon. Fahr. 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 Okay. Okay. Warte. Warte. Haben wir es geschafft? Thanks for visiting. Da ist blau. Wir waren rechts lang. Die Frage ist, wo geht's? Ausgang. Wartet mal. Ausgang. Ausgang. Das war's nicht. Das war's nicht. Wir müssen rennen. Wir müssen blau und kommen, Leute. Okay. Renn, 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 renn. Okay. Ducken, ducken, ducken. Unten durch. Gar kein Stress. Blau ist über am durchdrehen. Egal, Leute. Wir schaffen das. Okay. Links lang. Wir gehen links. Links, 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 links. Rechts. Blau ist übel schnell. Wir müssen nicht kommen. Komm schon. Renn, 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 renn. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Oder renn. Renn, renn, renn. Blau ist übel schnell. Komm, 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 komm. Digga, wie ein Film. Was? Let's go, Leute. Was? Wie cool. Rainbow Friends 2. Ich glaube, Leute, das ist das Ende. Wir sind entkommen als Einziger. Es hat unnormal Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, schreibt auch gerne rein, ob ihr es selber geschafft habt. Chapter 2 zu entkommen. Warte, was geht jetzt hier noch ab, Leute? Irgendwas passiert hier noch. Wo ist blau? Wir kommen zu spät. Okay, anscheinend ein kleiner Teaser oder so, Leute. Für Chapter 3. Ich weiß es nicht. Wenn euch das Ganze aber gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, welches Roblox-Spiel ich als nächstes spielen soll. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.